Dr. Breyer Ich erteile Ihnen, Herr Dr. Breyer, nunmehr das Wort Ich werde versuchen, den detaillierten Programmen gerecht zu werden und möchte zur Begründung des Abstimmungsverhaltens für ihn ausführen. Dieser Wahlvorschlag zum Landesbefassungsgericht ist nicht gut gemacht, weil ihm... Dr. Breyer 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 Ich erziele Ihnen hiermit das Wort Dr. Breyer Dr. Breyer Dr. Breyer Feuer, 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 Feuer. Er teile ich Ihnen, Herr Dr. Freier, nunmehr. Das war, 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 war. Das Landesverfassungsgericht ist Hüter unserer Verfassung und Kontrollorganen auf des Landtags. Wir brauchen die besten Verfassungsrechte für diese wichtige Aufgabe. vaccinated. Ich erziele Ihnen hiermit das Wort. Ich bin der Dumpo. Doch der Breyer Herr Abgeordneter, ich entziehe Ihnen hiermit das Wort. Nochmals den gewählten Mitgliedern des Landesverfassungsgerichts, aber nochmals den gewählten Mitgliedern des Landesverfassungsgerichts des Landesverfassungsgerichts.